Die drei genannten Fehler können in unterschiedlicher Weise am Bedienteil auftreten. Im Display als stehende Fehlernummer, im Display als blinkende Fehlernummer oder im Display als blinkende Fehlernummer und abwechselnd zur Fehlernummer wird eine Zeit runtergezählt. Bei den beiden blinkenden Beispielen muss eine 15-minütige Sperrzeit abgewartet werden, bevor ein Reset möglich ist. Bei einer stehenden Fehlernummer liegt keine Sperrzeit vor. In jedem Fall müssen die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Maßnahmen zur Fehlerbehebung abgearbeitet werden. Über den Truma Level Control und der dazugehörigen Truma Level Control App, dem Truma Level Check oder über eine Waage kann festgestellt werden, ob noch Gas in der Flasche vorhanden ist. Die Gasflasche sollte immer ganz aufgedreht sein und am Ende eine Viertelumdrehung entgegensetzt gedreht werden. Je nach System kann es auch nötig sein, die Schlauchbruchssicherung und den Crash-Sensor zu resetten. Der Ventildrehknopf des Schnellschlussventils muss in Richtung der abgehenden Leitung stehen. Dann ist die Gasversorgung offen. Bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius ist darauf zu achten, dass kein Butan in der Flasche ist. Eine rote oder eine graue 5 oder 11 Kilogramm Flasche beinhalten im Normalfall Propan, sofern sie in Deutschland befüllt wurden. Eine blaue Flasche ist grundsätzlich mit Butan befüllt. Ein Lösungsversuch, ob die richtige Gasart in der Flasche ist, könnte auch der Test mit einer gesonderten Gasflasche sein. In der Übergangszeit bei Temperaturen unter 10 Grad kann es zu kurzzeitigen Regelfeisungen kommen, was durch das Zuschalten eines Eisecks vermieden werden kann. Der Kamin der Heizung an der Seitenwand oder auf dem Dach darf nicht durch Schmutz, Schnee oder andere Verunreinigungen verschlossen sein. Auf einwandfreie Funktion kann eine Gasdruckregelanlage aber nur vom Fachmann überprüft werden. Wenn alle Maßnahmen kontrolliert und der Fehler beseitigt wurde, kann am Bedienteil resettet werden und die Heizung startet automatisch. Sollten diese Maßnahmen nicht zur Störungsbehebung führen oder Fehlercodes angezeigt werden, die Sie nicht in der Gebrauchsanweisung finden, wenden Sie sich bitte an den DRUMA Service.